Weißt du, das funktioniert im Moment nicht mit uns. Wir sollten uns eine Zeit lang nicht mehr sehen. Ich brauche einfach ein wenig Abstand. So originell hat noch niemand mit mir Schluss gemacht. Es mussten drastische Maßnahmen ergriffen werden. Erstens, weg von hier. Zweitens, mit Rauchen anfangen. Das beruhigt die Nerven. Ah, bei dir ist doch sicher noch ein Platz frei. Deine Freundin hat dich sitzen letztens, stimmt? Du sollst jetzt nicht alleine sein. Drittens, nie mehr schlafen. Prost. Danke. Eigentlich wollte ich weg von hier. Raus in die Nacht. Aber das würde wohl heute nichts mehr werden. Usually don't smoke, do you? Just started. Was braucht man sonst in so einer Nacht? Den Burger und die Gewissheit, dass alles so ist, wie es sein soll. Guten Abend. Wo ist das Instrument? Du bist so einer? tampoco. Also, wir sehen uns hier. Ja. Du bist so einer. Du bist so einer. Ja. Du bist so einer. Ich bin so einer.